Die Helene Fischer Show im Dezember hautnah in Düsseldorf. Alle Infos im Überblick. Nach ihrer atemberaubenden Live-Tour kehrt Helene Fischer Ende des Jahres mit ihrer eigenen Weihnachtsshow ins Deutsche Fernsehen zurück. Wir erklären, wie ihr am besten an die begehrten Tickets für die Live-Shows kommt. Mehr als 750.000 Zuschauer bei 71 Arena-Konzerten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden begeisterte Helene Fischer Abend für Abend mit ihrer von Publikum und Medien gleichermaßen gefeierten und spektakulären Live-Tour. Während diese noch alle Rekorde bricht, kehrt die Ausnahmekünstlerin Ende des Jahres mit ihrer sehnlichst erwarteten eigenen TV-Show auf deutsche Bildschirme zurück. Die große Helene Fischer Show, die am 1. und 2. Dezember in der Düsseldorfer Messe vor einem Live-Publikum für das ZDF aufgezeichnet wird, wird den krönenden Abschluss eines glanzvollen Helene-Jahres bilden. Die Helene Fischer Show, alle Infos zum Pre-Sale und Ticketkauf. Wenn du beim vermutlich herausragendsten TV-Ereignis 2023 live und vor Ort dabei sein willst, registriere dich unbedingt für den Pre-Sale. Der Pre-Sale findet am Mittwoch, 6. September 2023 ab 10 Uhr statt, zwei Stunden vor dem offiziellen Vorverkaufsstart. Als registrierter Fan erhältst du dann kurz vor dem Pre-Sale-Start eine Einladung und die Zugangsinfos für den Pre-Sale. Aufgepasst! Wir erwarten, dass die Nachfrage das Angebot an Tickets übersteigen wird. Bitte beachte deshalb, dass die Registrierung keine Garantie für Tickets ist. Aber für die besten Chancen auf eines der begehrten Tickets, solltest du dich unbedingt für den Pre-Sale registrieren. Die Registrierung ist noch bis zum Dienstag, 5. September 2023 um 17 Uhr möglich. Der reguläre Vorverkaufsstart beginnt zwei Stunden später, am Mittwoch, 6. September 2023 ab 12 Uhr. Dann werden voraussichtlich nur noch wenige Tickets verfügbar sein. Die Tickets gibt es dann hier exklusiv bei Ticketmaster. Letzte Chance auf Tickets für die Tour 2023 Helenes spektakuläre Live-Tournee mit dem Cirque du Soleil ist nun im Endspurt. Bis Anfang Oktober macht sie nur noch in Köln, Wien, Zürich, München und Frankfurt am Mainhalt. Allerletzte Tickets gibt es hier bei Ticketmaster. Wien Sóer, Wien, Zürich, die Ticketmaster ist hier wie im Neues föt torque. Vielen Dank.